Rasta Fechta Bundesliga, BBL, fortgesetzt. Das Überraschungsteam gewann am Samstag auch bei den Basketball-Löwen Braunschweig mit 88 zu 85, 46 zu 37 und festigte mit 36 zu 12 Punkten seinen dritten Tabellenplatz. Braunschweig ist nach zuletzt zwei Siegen in Folge mit 24 Uhr 24 Zählern auf Rang 9 abgerutscht. Fechta hatte am vergangenen Sonntag mit einem 93 zu 75 Sensationssieg gegen Meister und Tabellenführer Bayern München überrascht. Erster Verfolger bleiben weiterhin die Ewe Baske Zoldenburg. Der Tabellenzweite feierte mit dem deutlichen 100 zu 71, 63 zu 35 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg den sechsten Sieg in Serie und steht nun bei 38 zu 8 Punkten. Im Kampf um die Playoffs gelangen Ratio Farm Ulm und Medi Bayreuth wichtige Erfolge. Punkt. Ulm 24 Uhr 22 setzte sich gegen Herkro Merlins Kreilsheim mit 99 zu 87, 45 zu 40 durch und ist derzeit siebter. Bei Reut liegt nach dem 96 zu 89, 45 zu 47 bei Science City Jena. Punkt gleich auf Platz 8. 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 Vielen Dank.